so freunde willkommen zum neuen vlog und der typ ist mal wieder am start der typ ist mal wieder am start hallo der typ ist mal wieder am start die füße sind hier wieder mal am start stehen seine schuhe sind am start das ist am start schau diesmal an alle meine fuße zerschunden und alles auf jeden fall geht es heute zum typ franken treffen teil 2 und ich versuche mal hier ein einzeln vor die kamera zu zerren ob das ganze funktioniert weiß ich natürlich nicht auf jeden fall weiß ich nur es könnte vielleicht später pischen du pischer und ja ich melde mich dann also leute ganz ehrlich wir wussten zwar dass es regnet aber das ist so ein scheiss pisswetter aber wir lassen uns davon nicht die laune verderben verlass mich nicht ich bin neu ja das ist das war ich sie nur so aus wie ein typischer dem ich channel p der auf pizza steht aber ich bin neu hier sieht man auch den besten rapper deutschlands jetzt packt er den harten schütter jetzt packt er den harten schütter ich schaue ich schon die ganze zeit ich bin hier im nordpol ich erfriere schau mal hier ist überall alles nass ich glaube du hast du bist du auch gerade so übel zu warm ja total also es hat eigentlich nur minus gefühlt minus 40 grad weil ich nass bin und es fühlt sich an als ich mindestens zwei mal in die hose gepisst hätte aber es ist warm vor allen dingen vor allen dingen der wind ist ja das schlimme nicht der regen sondern der wind was wäre wenn ich dich jetzt verlinken würde was würdest du dazu sagen abonniere an hier der profi bei seiner arbeit hey guck mal das ist voll geil ich kann jetzt ein stativ benutzen hier der master hier der master ja ich warte mal ein bisschen ja wir warten ein bisschen es sind lauter leute ja 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 das ist nicht ganz riesig oder sowas ja wo ist denn es ja wo ist denn es ja es ist nicht mehr da ja 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 Was? Krass! Alter! Ja krass! Kann ich ihn ignorieren oder so? Nein! Was wäre, wenn ich dich jetzt vorfahre? Das finde ich voll nice! Echt? Dann würde ich dich auch verlinken! Dann verlinke ich dich mal! Abchecken! Ich war sogar mal auf deinem Kanal! Echt? Wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, ich bin nicht vorbereitet, ich habe überhaupt keine Kanäle recherchiert! Was werden wir machen? Und den darf man nicht auschecken! Den darf man überhaupt gar nicht auschecken! Ich bin an die Gefahr Leute! Ich bin an die Gefahr! Ja, bitte! Ich glaube, habe ich heute schon irgendwelche blöden Geräusche gemacht? Uhhh! Dann mache ich es auch in die Runde! Tschüss! Tschau! Tschau, tschau! Tschau, tschau! Tschau, tschau! Ne, warte, ich bin ja noch dabei! Auch noch! So Leute! Ey, ihr wisst gar nicht was für ein Gefühl das ist wenn man da drinsitzt. Das ist unglaublich! Schau dir das einfach mal an! Das ist der Hammer, der ist Müller, der ist Müller, Thomas Müller, Thomas Müller. Oh Mann, ich hab den schon dringesehen. Hilfe, ich fühl mich so grad. Nein, wir sind nicht schwul. So Freunde, das soll's dann auch schon gewesen sein mit dem Video, warum ich jetzt im Wohnzimmer drehe, ich hab absolut keine Ahnung. Das einzige weiß ich nur, dass auch ein paar Sachen hinter den Kulissen passiert sind, die ich euch eher nicht so gesagt hab. Zum Beispiel, dass es einfach nur heftig geregnet hat, die Legria stand komplett unter Wasser. Und ich dachte echt, die hätten Wasserschaden, die hat grad noch so irgendwie überlebt. Meine Klamotten waren komplett durchnässt, also wirklich einfach alles. Ich war pitschenass und dann hat der Wind gepfiffen. Ey, ich hab mir so einen Arsch abgefroren. Das war nicht mehr feierlich. Aber das Treffen war cool. Es war cool, immer wieder alle so zu sehen. Es waren jetzt nicht alle dabei, die beim ersten Mal dabei waren. Da waren jetzt auch ein paar neue dabei. Zum Beispiel die Joe. Einer, sein Kanal hieß Bella irgendwas, keine Ahnung. Und noch einer, dessen Name ich jetzt gar nicht weiß gerade. Auf jeden Fall, die drei sind auch in der Beschreibung verlinkt. Genauso wie Soul Joe. Und Obdi, Cedispins, hier die gesamte Reihe. Einfach alles so mega korrekte Leute. Also es war wirklich schön, die alle mal wieder zu sehen und auch ein paar neue kennenzulernen. Und ja, ich hoffe natürlich sehr, dass ich beim nächsten Treffen auch dabei sein kann. Weil ihr wisst ja, ich gehe ja dann zum Bund im August. Und das wird dann echt schwierig da irgendwie an dem Wochenende am Start zu sein. Aber ich versuche es auf jeden Fall, weil ich möchte schon die ganzen auf jeden Fall wiedersehen. Und hier versprochen natürlich Obdi, da haben wir drüber geredet. Das was bei mir am Ende immer kommt, was der Soul Joe irgendwie immer komisch findet. Also, abonnieren!